Ein weiteres Mal heiße ich euch Willkommen hier bei Hearthstone, bei dem Arena Run bei Inglourious Games. Das letzte Mal habe ich ja schon gesagt, wir wollen diesmal etwas Spezielles machen, sag ich mal. Und zwar möchte ich ein gewisses Programm bzw. eine bestimmte Website verwenden, um mir ein Arenadeck zu bauen. Sprechen, gucken wir schon mal in die Arena rein. Lass mal da. Wer hat das denn hier gelassen? Und zwar, ich habe ohne Aufnahme gedacht, probierst du das Programm wenigstens mal aus, bevor du eine Aufnahme mitmachst, damit du weißt, woran du bist. Und das Ganze hat sich doch als sehr, sehr erfolgreichen Run herausgestellt. Im Grunde hat dieses Programm, das scannt halt immer die drei Karten, die man zur Verfügung hat. Und sag dir in etwa so, gib dir so einen Tipp, ey, das Ding hier hat einen sehr, sehr guten Wert im Vergleich zu den anderen beiden. Nimm doch mal eher das, das passt gerade ein bisschen besser. Dementsprechend habe ich jetzt einfach einmal gesagt, okay, ich lasse das Ding mal einfach machen. Ich will einfach mal gucken, wie sieht so ein Deck aus, was komplett von diesem Ding zusammengestellt wurde. Und unter dem Strich ist es ein Schamanen-Decker geworden, mit recht vielen Feuerelementaren, Twilight Rakes. Also ich habe schon recht gute Karten auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und also einfach mal Skyrocket bis 9. Ich glaube, ich hatte meinen ersten Lose bei 4 und meinen zweiten jetzt gerade bei 9. Was soll ich sagen, ist halt jetzt schon Rekord. Also es lief fucking erfolgreich. Ich habe mir aber gedacht, bevor ich jetzt halt den kompletten Run einfach mal ansonsten zeige, ohne Aufnahme. Weil ich hätte echt sehr gerne aufgenommen, da waren ein paar sehr coole Sachen bei. Lasse ich zumindest das, ich sage mal, vermeintlich letztes Spiel für die Aufnahme, damit ihr immer mal sehen könnt, wie kann so ein Deck hier überhaupt aussehen. Das hat mich, wie gesagt, echt extremst überrascht. Und ja, um mal kurz aufs Deck so einzugehen, sage ich mal. Also wie gesagt, wir haben ein Schamanen-Deck, was ein sehr, ich sage mal, ein Swarm-lastiges Schamanen-Deck ist. Also wir haben sehr viel Zeug, sehr viel Kleinzeug, was man mal spielen kann, was nebenbei sich immer so ein bisschen hochpowert. Halt hier Die Wolf Alpha gibt nebenbei Zeug. Unser geliebten Ghoul haben wir natürlich auch wieder bekommen. Harvest Golem, Imp-Master, sehr geil, dass wir halt immer wieder ein kleines Zeug haben, kleines Zeug etc. Und im Grunde, ähm, baut dieses Deck, hat zwei Finisher eingebaut. Und, will ich es mal so sagen, äh, auf der einen Seite, wenn man halt das ganze Ding schon voll geswarmt hat, Stormed Champion, skaliert halt in die unglaubliche Höhe, weil die alle einen extremen Angriffs- und Lebensboost kriegen dadurch. Und viel geiler noch, Bloodlust. Ähm, ich habe es nicht selten gehabt, dass ich halt in einem Zug das Feld komplett voll hatte, spiele Bloodlust, und rechte halt schon so im Kopf, okay, ich habe fünf Viecher auf dem Feld, fünf mal drei, 15, plus den Schaden, die nie ohnehin machen. Ja, ich glaube, ich habe den Gegner gerade tot geknüppelt. Sehr erfolgreich, sehr geil. Twilight Drake hat mir auch immer sehr geholfen, und, äh, drei Fire Elementals, äh, Fire Elementals, und die sind halt sechs für sechs, fünf, aber der Effekt mit extra drei Schaden ist halt unglaublich geil. Ja, wie gesagt, ein recht erfolgreiches Deck, und ich hoffe jetzt mal, dass es nicht die letzte Runde ist. Es ist jetzt übermütig, wenn ich es sage, aber die zwölf wäre schon geil. Neun ist schon der Hammer, das war ja früher, ähm, vor einem bestimmten Patch halt das Maximum. Also theoretisch hätte ich einen kompletten Run mit dem Ding schon fertig. Aber wir gucken mal einfach, wie weit ich da noch komme. Sobald wir mit dem Ding fertig sind, werde ich das Ganze auch nochmal machen, dann werde ich euch mal live in der Aufnahme zeigen, wie sieht dieses Programm eigentlich aus. Ich zeige euch natürlich auch gerne mal, äh, den Namen, der wäre vielleicht nicht schlecht, der wäre tatsächlich gerade nicht im Kopf, und wo er es herbekommt, weil ihr das selber machen wollt. Aber für's jetzt erst mal, Schamane gegen Schamane, ähm, alles gute Karten. Ah, das hast du eine gute Frage. Eigentlich bist du wohl, dass ich einen Twilight-Drag, weil ich am Anfang habe. Das Toten werde ich mir mal aufbalten. Ich glaube, ich behalte die mal alle. Vielleicht ist das ein bisschen was von Anfang. Ja, Zug 1 kann man gar nichts machen. In der Regel sah das, weil es auch immer so ist, ich habe mir meine Hand recht lange aufbehalten bis Zug 4, beziehungsweise Zug 3, und habe dann... ...Tri-Light-Drag gespielt. Was auch hier der Fall sein wird. Ich habe leider nicht die Coin, was hier ein bisschen... Ja, ist schade, sagen wir es mal so. Aber so ein schön hochgezüchteter Twilight-Drag ist halt für das Mana... Also, für die, die es nicht mehr so ein Twilight-Drag kriegt, für jede Karte auf der Hand halt ein extra HP. Hat statt ein bisschen ein HP, was Witzes. Aber ansonsten, ich habe es nicht selten gehabt, dass ich halt für 4 Mana ein 4-7er auf dem Feld hatte. Ist schon ganz praktisch, ist so ein bisschen... Nice. Cool. Will ich denn richtig... Doch, ich will... Das bringt mir relativ wenig, glaube ich. Den wird er gleich totkloppen und noch irgendwas spielen. Ich könnte dafür sorgen, dass er Schaden kriegt, wenn er reinhaut. Ich könnte aber auch sagen, hey, ich ziehe halt noch eine Karte, damit ich den Track halt richtig hochkloppe. Ich tendiere aber dazu, dass das Flametank-Tot in mir die bessere Option ist. Beide verschwende ich ein Mana. Hä? Welches Totem? Das oder das? Drake hochpauen oder ihn hochpauen denn schon? Nächste Runde kommt der Drake. Ziehe ich lieber noch eine Karte nach. Hey, noch ein Drake. Cool. Sehr nice. Tatsächlich sind die Spiele immer wieder am Anfang. Immer und immer wieder. Oh. Okay. Vielleicht mich von meinen Karten auch schon mal verabschieden können. Ja. Das ist für abzusehen. Aber. Feel the power of the mighty Twilight Drake. Bam. 47. Nice. Und nächste Runde plottsch ist noch ein Twilight Drake. Ja, da kommt jetzt mal dran vorbei. Boah. Nein. Mein Twilight Drake ist tot. Verdammt. Das hätte... Oh, das wäre jetzt natürlich auch eine Option. Es ist verlockend. Aber für maximalen Wert. Tja mal, LeDrake. Keiner Tischlos sein, keine Frage. Ist doch nicht so das Problem für ihn gerade wahrscheinlich. Ich muss halt nur eine Karte extra spielen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, danke. Keine Frage. Komm mit mir. Komm mit mir! Ja, komm. Yep. Verdammt großer. Oh, dann greift er halt mich direkt an. Kann ich auch mitleben. Ähm. Und zwar, ich hände hier jetzt da zu... Stormman Champion, um den loszuwerden. Was, äh, gerade meine mit oberste Priorität ist. Yep. Yep. Für den König, motherfucker. Für Honour. Einmal... Ich muss es mal auch loswerden. Ich habe leider keinen... Ich kann versuchen, ob ich einen Taunt kriege, damit ich ihn zumindest beschützen kann. Wobei, das heißt, beschützen, er steht gleich mit einem HP. Viel zu schützen werde ich dann nicht haben. Das Totem stoppt dadurch. Ungünstig. Angriff oder... Ja, ich muss angriffen. Das ist das Optimalste. Healing Totem. Healing Totem. Stop dann. Dann halt nicht. Kann ich aber auch mitleben. Wie steht es gerade? Er hat zwei auf dem Feld. Fünf Handkarten. Ich habe sechs Handkarten. Drei auf dem Feld. Ja. Die Totems torten sich aus. Ah, nice. Das hat sich auf jeden Fall für ihn sehr gelohnt. So, ähm... Swarm all the things. Oh, probably not. Wie werde ich mit das Vieh jetzt ein bisschen los? Fünf ATK ist natürlich nicht wenig. Ich könnte versuchen, einen Impenmaster. Ich bin ein Imp hochzüchter. Kriegt dann sofort tot? Ne. Du musst doch was extra spielen. Nummer eins. Ja, jetzt ist die Frage, was... Was könnte ich noch machen? Würde ich mir eigentlich aufhören, um eine Waffe zu zerstören? Hochbaffen ist gerade, glaube ich, auch nicht so der Plan. Denke ich mal. Gut, wäre natürlich eine Option, weil wir werden gleich... ...wärts der Feuzeuge haben, was irgendwie verrecken wird. Ich sag aber mal einfach Totem. Taunt. Sehr schön. Damit... Ach, komm! Au. Das... Naja. Berühmter Positionspack. Die beiden tanzen ja gerade so ein bisschen rum. Einmal... Ja, und damit aufs Totem. Höchstwahrscheinlich. Tinti ich doch mal zu. Wenn nicht, wäre das verdammt dumm. Ja. Abzusehen. Nech. Backe. Das sind zu viele Karten. Gerade überlegt euch den Erstschock nutzt, um hier was los zu werden. Aber es wäre, glaube ich, zu viel. Ähm, das wäre Nummer 1. Stirbt aber auch dadurch eigentlich ungeheilig. Eigentlich müsste ich ihn was werden. 5. Komme ich auf 5? 3. 4. 4. 5. 5. Ah ja... Ich spiele, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel aus. Versuch's mal so. 1 zu 1. Oh Gott, gar nichts. Glückwunsch. Da, Wolf. Ich baue gerade richtig schön Scheiße zusammen. Einmal. Zweimal. Wenn er ihn jetzt loswerden will. Ich frage zumindest auch die Kodo. Jetzt ein Blattlast. Wäre das nicht schön. Jetzt kann jetzt kommen. Jetzt kann natürlich auch ein Aue kommen. Weiß jetzt nicht, was er alles gezogen hat. Totem. Bringt ihm gerade nicht viel. Er wird den... Okay. Squire, attend me. Erf, ich bin gerade her. Ja. Welcome to the Swarm. Meins. Nummer 2. Ich muss eigentlich eher ihn loswerden. Schaffe ich das? Nee, komme ich nicht drauf. Scheiße. Ich muss mit den Dicken irgendwie überwahren. 14 ATK. Lock. Verdammt. Bomb. Oh, damit ist aber 8 HP. Ach, dieser Ghoul, der carried Spiele. 14,4. Ist ein reiner Glaskanne. Kann er super leicht tot kriegen. Keine Frage. Ja. Wenn er jetzt noch einen Schaden irgendwie rauskriegt, dann ist der Ghoul auch schon weg. Das Ding ist aber, wenn er jetzt keinen Taunt hat, ist er tot. Bapp, 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 bapp. Auf dem Weg zum Level 20 Schamanen. Yes. Das war der 10. Sieg in der Arena. Bing. Zwei Siege noch. Wäre natürlich ultimativ. Gleich ab in die nächste Runde. Ich glaube echt nicht, wie sehr ich mich gerade freue, weil ihr habt ja gesehen, wie meine restlichen Arena-Runs aussahen. Das hat nicht sonderlich gut. Da war ja vier das Beste. Was vier das Beste? Ich glaube, ja. Aber jetzt sind wir schon bei 10. Motherfucking 10. Worthy Opponent. Na, das wollen wir doch erst mal sehen. Oh, 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 oh. Rexxar. Let the hunt begin for Doomhammer. Äh. Ideen sich ganz gut. Hebe ich mir sicherheitshalber auf, weil es jetzt nicht viel Rushy-R sein wird. Am Anfang recht wenig. Flametanktotum, Rockbiler. Oh. Recht viel Zeug, um frühes Zeug loszuwerden. Greetings, my friend. So, wir haben hier nichts zu tun. Nächste Runde. Coin Golem. Ah. Fuck you. Mit der Zusehen, dass ich mal eine Karte mit mir zusammenhalten kann. Fucking Twilight Drake, ey. Fast jedes Spiel fangen meine Spiele mit Twilight Drake an. Das gefällt mir sehr. Dann nehme ich Companion. Oh, das Schwein. Scheiße. Gut, dann werde ich jetzt ein bisschen Schaden tanken müssen, anscheinend. Können ihn vorbereiten. Nächste Runde. Ich könnte jetzt schon coin Twilight Drake, aber dann kriegt er sehr viel in die Fresse. Und, ja. Wir werden das Ganze mal so spielen. Nächste Runde spiele ich dann Twilight Drake. Und je nachdem, ob er jetzt auf das Spiel oder nicht, ich denke mal dazu, er wird was spielen. Würde ich dann noch coin Fork Lightning machen. Gut. Nummer 1. Wie fährt er das mal? Sechse? Siebme. Sehr schön. Coin. Fork Lightning. So gut aus, ich habe eine Menge Schaden gekriegt, gerade leider. Dass er halt das Schwein gezogen hat, war echt sehr glücklich für ihn. Aber manchmal muss man auch etwas riskieren. Das dachte ich mit dem Deck tatsächlich sehr genannt. Ich habe Spiele gehabt, da habe ich am Anfang gleich auf erstmal Sturz auf 8 HP. Aber der hat trotzdem noch irgendwie überlebt. Manchmal, manchmal. So, nächste Runde werde ich sitzen bei... Oh, bitte. Ah, danke. Ich werde jetzt rauskommen bei 3 Mana. Nice. Buff ich ihn weiter hoch? Nee, eher nicht. Aber ich spiele mal sie. Dann kann der Swarm beginnen. Flank Tank totem gleich. Was noch nicht. Möglichst zwischen den Imps eigentlich, glaube ich. Ja, da werden wir vorbeikommen. 6 Mana. 6 Mana. Man? We must cleanse the Sunwell. Man? abwegs erfolgreich 5 2 3 3 5 4 1 1 so ist ein gutes bord fünf handkarten ich habe noch drei haben hunter viele awes nicht wirklich so feuerfalle hätten sie die würde tatsächlich gerade sehr viel machen aber ich bin zuversichtlich grisly gut grisly interessiert mich herzlich wenig alle scheiße das ist wiederum ein problem die würde jetzt wahrscheinlich verwenden um ein direkt loszuwerden clever ist wahrscheinlich erstmal das totem doch von der clever es geht jetzt aus totem er könnte sich mein ganzes bord gerade weit mehr ja mal 1 erster und zweiter und jetzt noch zwei in meinen jetzt die frage macht das totem weg oder sieht dazu dass mein wimper los wird ich habe auch das totem ist die clever option gerade gut oder eher nicht so gut ist aber auch nicht großes problem denn wir haben ein feier element damit werden wir dich los es ist schlimm dass er das auf dem feld hat ich würde es so machen und angreifen und dann soll er halt zusehen wo er bleibt jetzt kann er seine hunde dafür opfern dass er mal ein 3 erlos wird oder ich habe halt noch oder dass er mal eine 1 erlos wird wiederum wird der deckel 6 5 war gerade für ihm auch eher so problematisch sein der gespalten tracking wir sind in einer guten position gefühlt die linktoten wäre geil auch so unglaublich geil im master beim schaman die linktoten es kommt ein imp nach dem anderen nach dem anderen nach dem anderen es ändert sich einfach nichts sie wird hat immer wieder geheilt so gut 20 hp hat er jetzt wenn man nicht so schnell totkriegen was ich den blatt lasst was option wäre kick command würde fünf schaden machen wäre damit wäre das ding schon mal los ja wenn er smart ist geht er hier rauf definitiv definitiv die richtige option kann mir noch zwei schaden machen so but little did he know that there is a giant as ogre in meiner hand healing totem die link totem was okay sind die endlich jetzt die man ja sie auch oder ne cool ist für den hexer ganz interessant power of lerino kann es nicht das werden was kann auf sie selbst machen oder offen wo gerade mein was ist das das muss aber sein arcane schott na gut jetzt auf meinen kleinen der gute mann will rushen gut das ist natürlich auch eine option äh das rush spiel kann ich aber mitspielen taunt so was kann das sein das kann eine freezing trap sein ich muss das auslösen wahrscheinlich ist es die feuerfalle ja explosive trap bumm weg ist mein feld ist okay ah sehr schön ähm ja ja davon würde ich gerade eher absehen aber eben option oder hätte richtig terror wiederum ne ihn nehme ich mir lieber auf falls jetzt nämlich noch was spielt wenn ich das los werde kann er mir sieben schaden machen er könnte mir sieben schaden machen es gibt eine kombine werde ich tot einfach sein skill irgendein beast und kill command dann werde ich geliefert wizard ah cool stirbt instant ja da würde ich mal sagen gg nr 1 nr 2 well played bap 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 er wird 20 und ich krieg erst ne linge elf leute ey jetzt gehts ums alles entweder ich verliere jetzt oder ich gewinne und hab den arena also egal wie das ist jetzt der letzte kampf für diesen arena run entweder ich gewinne und gehe auf 12 wo ich unglaublich feiern würde es ist elf ich kann mich nicht ansatzweise beschweren oder ich werde jetzt halt rausgeschmissen 12 wäre so gut es wäre so unglaublich gut Troll vs. Troll Schamane gegen Schamane der Elemente wird dich zerstören ja der Elemente wird nur mit deiner Seele da kann ich mit leben das ist so greetings gar nichts tote karten ich glaube nicht wie aufgeregt ich gerade bin auch ne geile Komo habe ich schon öfter mal gebracht mit dem Braumeister halt das Feuerelemente wieder hochziehen damit ich den Effekt nochmal nutzen kann sehr praktisch sehr 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 praktisch der Coin was für 3 Mana kann ich auch mit denen spiele ich aber eher noch was und warte noch ein bisschen was natürlich gefährlich ist wenn ich mich zu sehr auf den Twilight Drag verhaare ich sag alter ich will den so unbedingt raus haben aber er ist halt so unglaublich gut richtig ich würde auf den ja ju habe ich sie danke wo interaction Twilight. Hex. Das ist doch so gut. Hex, er ist ein... Oh, wie genau das meine ich, dass ich mich zu sehr drauf verhaare. Alter, jetzt habe ich echt alle drei auf der Hand, ne? Gut. Wollen wir den Zimmer jetzt schon mal los? Den Earthshock werde ich mal aufheben, falls irgendwie ein Twilight-Drake oder sowas hat. Das ist der Albtraum jedes Twilight-Drakes. Das ist halt sofort Instant-Kill für einen Mana. Zu gut, als dass ich es jetzt einfach zerballere. Auch alles, was so Gottes Schild hat. Ein HP oder so. Boom. Sofort tot. Hammer-Teil. Rockbeider. Ich könnte. Ich sollte wahrscheinlich auch. Ja. Wäre durchaus etwas, was ich machen sollte. Ich habe drei Dinger davon auf der Hand, also. Soll mich jetzt nicht so stören, wenn da einer fehlt. Ah. Irgendwann wird er da rein haben? Oder wird er mich rushen? Wenn er mich rusht, wäre er für mich wahrscheinlich gefährlicher als so. Ich will verkehrt schon mal das Ziel meines höchsten Fire-Elementals. Bob. Ghost of Dynamite. Wenn ich Glück habe, rette er jetzt mit beiden da rein. Ich pecherbrusht er mich. Was für mich gerade deutlich gefährlicher ist. Gefühlt. Totem. Totem. Ja. Ach. Arschloch. Örstschock würde mir gerade gar nichts bringen. Fork-Lightning hingegen wäre eine Option. Bitte die beiden. Bitte, 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 bitte. Yes! Ah, sehr gut. Hältlich cooler kommen in Kombination hiermit. Aber die Situation hat es nicht anders erlaubt. Definitiv nicht. Mhm. Gut, die Menge Einser ist jetzt nicht so gefährlich. Sprach er in einem Deck, was voller Blattlast ist. Nur mal so am Ende. Cleverer ist er, wenn er auf mich geht wahrscheinlich. Wiederum will er hier möglichst viel Schaden machen. Also es ist schon, es ist schon eine schwere Entscheidung. Ja. Little did he know. Nein. Wir bauen das Feld jetzt erstmal mit... Ach, ich glaube, hier ist der Karten-Bug. Und dann wird es für fast ein Spiel verloren durch diesen Drecks-Karten-Bug. Gebe ich mir lieber auf, falls jetzt noch irgendwas Größtes kommt. Falls er jetzt Fire Alley Metal spielt. Zum Beispiel. Rockbiter oder was? Na ja, kann er nicht. Nix, wiebes Monster. Oder so. Ach, ich doch. Pinsize Sumner ist etwas, das möchte ich eigentlich loswerden. Oh, da fängt es schon wieder an, ne? Gib mir mal den Golem, ne? Den Ogre. Könnte ich nicht spielen. Gut, dass ich den Ogre nicht spielen will. Komm. Gib mir Energie. Yes. Super. Äh, dann schlagen wir jetzt erstmal zwei Fliegen mit einer Klappe. Oh, ich würde so schreien, wenn ich er wäre. Ich würde so denken, wie viele Fire Elements hast du? For the love of God. Oh, ich kann ihn wieder verwerten. Nix, doch nämlich ja eh bei 10 Mana. Tatsächlich, ich kann das in einem Zug machen. Widerlich. Sehr widerlich. Rockbiter. Er will ihn loswerden. Stupend. Oh, die Fire Elements sind einfach zu gut. Put die Apple auf deinem Kopf, bitch. Ja, gut. Kann ich mit leben. Daher wohl ver- äh, Argus spielen wir hier. Kann ich mich mit dem Totem angreifen. Ich möchte sicher gehen, dass er jetzt nicht irgendeinen wilden Voodoo-Zauber spielen kann, glaube ich. Wiederum könnte ich ihm einfach ins... Ne, ich gehe lieber... Gehe lieber sicher. Es gab, glaube ich, noch diesen krassen Lightning-Stomp. Meine Damen und Herren. Werdet Zeuge. Meiner ersten 12er Party in der Arena. Ich bin so fucking stolz. Und ich liebe dieses Programm. Was kriegen wir? Booster? Nice! Wenn ich... Oh, geil. Zwei Booster haben wir gekriegt. Yes! Den nächsten Arena-Run kriegen wir gratis. Bisschen stoppen. Und Ancient of Lord, der mir tatsächlich noch fehlt. Oh, geil. Okay, wir reißen Booster auf. Meins. Und Nummer zwei. Ja. Ach, jeder Lightning-Stomp, von dem ich gerade gesprochen habe. Ja, kann ich was mit anfangen. Goal. Ich weiß gar nicht, ob es so gut ist oder so. Also eigentlich... Ja, doch. Aber sieben Maler. Ist vielleicht ein bisschen spät. Ich bin ganz zufrieden mit dem, wie es gerade so lief. Müsste ich mal so sagen. Den Quatsch können wir eigentlich gleich wieder wegcraften. Wie viel habe ich denn? 530. Ja, finde nur noch 1100. Versuch's mal. Gut, ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass wir doch so weit kommen. Entsprechend würde ich sagen, macht jetzt recht wenig Sinn, dass ich jetzt sage, ich fange jetzt schon den nächsten Arena-Run an. Gerade, wo ich euch das Ding halt auch zeigen will. Entsprechend verschieben wir das auf das nächste Mal. Jetzt freue ich mich einfach noch ein bisschen darüber, dass ich gerade zwölf Siegel hintereinander hatte. Also dass ich hintereinander zwölf Siegel in der Arena hatte. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo ich euch dieses kleine Zauberding zeige, was mir gerade zwölf Siegel gemacht hat. Hey! 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 Hey!